Moin Mädels, Moin Jungs, ich bin's wieder, euer Tatsuhl, Kale Krusinzi, und heute bin ich mit der Last-Year. Oh mein Gott. Genau, und zwar mit der Süße. Okay, ja, wenn alle Rallye machen geht's nämlich schneller. Ihr habt's die Woche wahrscheinlich schon gesehen auf den anderen Channels, sonst checkt ihr gerne mal ab, alles in der Beschreibung. Wir spielen Last-Year und Hanno ist mal wieder Killer. Genauso wie damals bei Dead by Daylight, Digga. Genau. Oh, Gymnasium. Wir sind jetzt im Gymnasium. Okay, das haben wir... Aber ich auch auf dich. Pssst, Historian, pssst, pssst, pssst. Story. Ja, ich war in Story. Okay. Okay, gut. Okay. Also, die Technicians, hatte ich das Gefühl, sind richtig nice. Aber ich bin mehr so der Fiskrobe. Deswegen hab ich ein Rohr in der Hand. Du bist mehr der Fiskrobe? Ja, ja doch. Mr. Kalle, Mr. Kalle, er macht die Calls. Ich mach die Calls. Wir bleiben immer zusammen, Freunde. Wir sind vier Freunde und wir müssen zusammen bleiben. Und wir müssen den Killer besiegen. Was liegt denn hier? Was lag denn da? Was war denn das? War das eine Taschenlamp oder was? Okay, wir müssen jetzt den Strom holen. Ja, aber dann lass uns doch schnell machen. Ja, klar. Ich weiß noch nicht, wo wir lang müssen. Ich kenn das Map-Design. Ab ins Loch. Ich bin Chad. Ich bin auch dabei. Ich hör was. Da sind Spiders. Okay. Ich hab übelst die Arachnophobie, Digga. Die Kleinen gehen. Aber wenn jetzt hier gleich die Große um die Ecke kommen würde, würde ich nicht so fein. Hier liegt schon direkt die... Erster Trap. Anders Kaliber, ne? Oh! Hallo Mädels! Hallo Mädels! So, da kommt der Dicke! Da kommt der Dicke! Oh mein Gott! Pass auf! Den Dicken auf! Ich bin's wieder. Euer Chad. Tuse Kalle Wuschinski. Stati! Stati! Lalalalalalalala! Ich kann nicht noch! Jetzt wird der trampelt! So! Oh! So! Ich hab hier... Warte mal! Ich geh mal eben hier rein, ja? Warte mal! Boi! Hopp! Genommen! Oh Gott! Oha! Voll gegen die Schranktür, Brudi! Mach nicht diese! Okay, ich komm wieder zurück. Ich bin weg! Tschüss! Wo ist er denn? Ah! Oh nein! Aua! Ah! Ah! Lass mich hier den... Ah! Nein! Au! Ich... Ah! Ah! Ich bin voll zerdeppert von... Die Stimme hab ich ja noch nie von Max gehört. Alter, du bist ja... Wie du mich einfach... Nui? Bist du noch hier? ... in den Boden gestampft hast... Ist das jetzt natürlich... Bist du da? Oh oh! Papa, heil dich! Achso, dann muss ich das hier gar nicht benutzen. So. Zu spät. Ja, wir müssen noch mal drauf achten, dass wir zusammenbleiben, Freunde. Oh oh! Oh nein! Alter, wie du... Pass auf! Oh shit! Okay. So. Oh, perfekt. Oh, ich bin schon wieder in der Falle. Oh, da ist Max! Geil sterzig! Geil sterzig! Danke! Geil sterzig! Geil sterzig! Weiter geht's! Wir müssen... Wir haben noch nichts geschafft! Auui, auui! Der Christus ist zu saui! Ich bin der kleine Baui! Ja, ja, alle zusammen rüber! Lass noch auf Blue warten! Ich muss ihn noch heilen! Ich hab dich so weggeboxt, Max! Ey, du würdest das eigentlich überleben! Doch! Ich drehe an dem Ding! Beschützt mich! Ja, ich bin da, Kalle! Ich bin tot! Er ist hier, er ist hier! Um die Ecke, um die Ecke! Komm mal her! Also, das ist ja ne Aufgabe, die ist ja unlösbar! Wir müssen ihn verprügeln, Leute! Wir müssen ihn verprügeln, damit wir die Zeit haben, daran zu kurbeln! Ich bin gerade gemacht, du! So! Mich knappen! Mich knappen! Boah, diese Spinnen! Boah! 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 Ich kann ein paar Nester verprügeln! Boah! 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 Ah! Stopp, 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 stopp! Wie war das nochmal mit dem Zusammenbleiben? Hä? Ja, wir waren noch zusammen! Hä? Wir waren noch zusammen! Ne! Doch! Nur du bist tot! Gewesen! Oh! Ah! Er ist bei mir! Er ist direkt bei mir! Ich versuche ihn zu verprügeln! Der hat jetzt so viel Leben, Alter! Wir brauchen mal ein paar Mollys! Glaube ich! Wer hat die Mollys? Ich kann welche bauen! Ich hab nur noch nicht genug, äh, shit! Auch noch ein bisschen! Okay! Ich hab nur noch nicht genug Crab dabei! Crab & Boil! So! Wir müssen jetzt zu Kalle und heilen! Ach du Scheiße! Hallo! Ich heil mich eh von alleine irgendwie! Sicher! Bist du dir zusammen! Wollen wir noch mal zusammen zu dem Ding? Ja, ich komm zu dir, Kalle! Ich hab jetzt einen Molli! Hm! Hm! Oh, das hab ich nicht gehört! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Okay, warte mal! Wo ist er denn? Achso, das sind nur Spinnen! Hä? Oh nein! Lass dich leben! Nein! Aua! Papu, komm mal her! Papu, bitte! Das ist irgendwie voll der Hulk, ne? Oh! 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 Was?! Alter! Was?! Ey, weshalb hast du mich nicht hochgeholt, Papu? Äh... Kommt her! Weil ich... Weil er direkt bei dir war! Ja! Ja gut! Also irgendwie funktioniert das nicht so gut wie in der letzte Runde! Wenn Max nicht der in dem Team ist, dann funktioniert hier nichts! Ja! Ey, wieso gehst du jetzt da kurbeln? Oh! Na ja, weil ich kann! Oh! Oh! Also... Ja, jetzt sind fast alle tot, du musst jetzt mich holen! Weil die... Okay, ich... Ich... Ich hol genug... Nein, das ist es lieber! Da! 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 Das sieht so brutal aus, ey! Scheiße! Ach du Scheiße! Oh, ich weiß nicht, wie ich zum Kalle komme! Hier so? Ja! Sehr gut! Ja, gut! Ich hab mal die... Die... Die Rolle gewechselt, weil ich glaube, zwei Souls ist ein... Ja, hallo! Ja, gut sein! Oh man, jetzt hab ich meinen Molly verloren, ne? Ja! Alter, wie man hört, so stärzig nur sterben! Okay! Ja, das ist bisher noch nicht so gut gelaufen! Kriegen wir jetzt Gnu hier? Ist auch noch ein bisschen lautig, bis sie spawnt! Gnu, lebst du noch? Also bist du noch da? Ich bin... Nein! I'm dead! She dead, son! Ali, was machst du? Lauf! Ja, 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 alles gut! Geht da rein in die Röhre! Ja, ja, ich wusste, dass er hier wartet! Der kleine... Der kleine Max! So, jetzt hat er wahrscheinlich eine Falle unten hingelegt! No! Wo seid ihr? Oh, Mann! Hört doch auf zu campen! Könnt ihr das... Könnt ihr das Rohr machen? Könnt ihr... Könnt ihr zum... Also das... Das Korbelding machen? Ich hol gleich Gnu, ich kümmere mich darum. Aber ich glaub, ihr solltet korbeln. Ich lebe nicht. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Well, eh! Ich hab ihn voll zum Explodieren gebracht! Ich bin tot! Oh, du bist tot? Hi! Hallo, Max! Komm her! Okay, jetzt... Ich hol genug! Er ist übel sauer! Das hört sich nicht an, als wäre er tot! Oh nein! Das hört sich immer noch nicht an, als wäre er tot! Er ist immer noch hier! Ich... 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 Ich loop ihn! Alter! Scheiße! Wo ist Stärzig? Achso! Ich bin... Ach, voll dein neben Max! So hässig kann noch keiner sein! Stärzig, redet doch mit uns! Wo ist die Communication? Ich bin tot! Hallo! Warte mal! Warte mal! Ich bin dead, Leute! Oh, als er trümmert meinen Rückenmark! Oh! Eine Rückenmarkspende! Also das funktioniert hier gar nicht! Gerade, ne? Ich war die ganze Zeit bei der Kurbel, Leute! Alles gut! Wir haben immer noch nicht dieses scheiß Ding gemacht! Alles gut! Wie weit ist denn das? Bin ich muted oder so? Ne, ne? Nein, aber... Ah! Boah, schön gedodged! Ah! Nein! Lass mich! Lass mich leben! Bitte! Lauf! Gib mir Gefühlsbarz! Gib mir Gefühlsbarz! Bitte! Noch leb ich! Bitte gib mir Gefühlsbarz! Geh mal ich in der Falle! Pass, pass, pass! Lauf, lauf, lauf! Komm her! Stärzig, hast du ja in die Luft geboxt? Ach! Komm her, Püppchen! Stopp! Stopp! Nein, lass ihn verprügeln! Lass ihn verprügeln! Ja! Bumm! Au! Bumm! Prügeln! Prügeln gut! Bumm! Aua, meine Nase! Er ist fast tot! Er ist fast tot! Aua! Nochmal! Oh, genug! Bumm! 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 Ja, genug! Kannst du mich nochmal holen? Ja! Ne, genug, genug! Nein! Finger weg! Ich bin kein Handtuch! Bumm! Alter! Ich bin kein Handtuch! Bumm! Ja, ja! Ich bin kein Handtuch! Oh, oh! Hinter euch! Nein, wieso rennst du mir hinterher? Nein, nein, nein! Das ist so nicht gut! Das ist nicht genug! Aber ich muss dich doch erst mal heilen! Nein, du musst mich nicht heilen! Ich kann mich von alleine heilen! Mann! Jetzt bin ich in die Falle gerannt! Die ist vor mir gestorben! Oh nein, die nächste gleich! Au! 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 Das ist so weh! Guck doch nicht so pervers dazu! Hast du Papo geholt? Ja! Ich bin sehr tot gerade! Also ich bin ziemlich tot! Also ich bin auf einer ganzen Art sehr tot! So in 30 Sekunden komme ich erst wieder! Ich befreie mich! Ich kann gerade nicht! Max ist hinter mir! Hinter dir oder ist hinter mir? Hinter dir oder ist hinter mir? Das kann doch nicht sein, dass das... Ja, ne? Also auf der Map hat er gefühlt einen Vorteil! Weil wir an dieses eine Ding die ganze Zeit müssen! Ja! So an 10 Sekunden kommt meine Tür! Ne, meinst nicht! Er ist hinter mir! Das Ding ist, wir rennen halt immer nur rum wie falsch gehen! Während er jetzt einen chase muss einer die ganze Zeit kurbeln! Ja, einer muss kurbeln! Die ganze Zeit eigentlich immer! Wenn er hier rumläuft! Du, das habe ich schon so häufig versucht! Aber das Kurbelding ist doch fast fertig oder nicht? Ja, es ist fast fertig! Er ist hinter mir! Boah, Junge! Holy Shit! Okay, er ist unsichtbar! Er ist unsichtbar! Er ist wieder bei euch! Ja, er ist bei mir! Wie wirft man denn zum Molotow? Hopp! Es gibt nur bestimmte Klassen, die den Molotow machen können, glaube ich! Ich bin jetzt sold! Dann machst du er und das linke Craften! Also quasi diesen Molly hier Craften! Mit 18 Scrap! Aber er ist auch fast tot! Er hat fast nichts mehr! Er ist fast tot! Wenn er jetzt nochmal kommt! Dann machen wir ihn weg! Einfach draufhauen! Einfach draufhauen! Ja, perfekt! Ich habe ihn übel platzen lassen! Nice, Digga! So! Oh, ich bin in der Trap! Kann ich mir helfen? Okay, weiter! Ja, ja, ja! Okay, oder so! So, jetzt ist Fuel und auffüllen! Let's go! Wir haben ein bisschen Zeit! Wir haben ein bisschen Zeit! Schnell, schnell, schnell! Wohin denn? Wohin? Zum... Hä? Warum lass ich den fallen? Okay, 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 okay! Ja! Sehr gut, Kalle! Rein in die Rüstung! Lass sie nicht spawnen, Leute! So, wir brauchen noch mehr Fuel, oder was? Also noch einen anderen müssen wir auffüllen! Oder was? Eins, so, ja! Ah! Es geht nicht! Nein! Okay, ist weg! Ich hab Angst! Ah! Ekelhaft! Ekelhaft! Zum Befehl! Babahaft! Ekelhaft! Max ist bei mir grad! Okay, 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 okay! Dann lass uns als Gruppe jetzt rüber! Die Spinne kann man auch übelst verprügeln, glaub ich! Gehen zu dritt rüber! Harpo lenkt ab! Max! Er ist hier, er ist hier, er ist hier! Er ist hier, er ist hier! Er ist hier! Ja, da oben! Er ist da oben! Er ist quasi in dem Loch! Dann lass den noch mal weg! Zusammen weg! Oh! Okay, wir Städte kämpfen! Wir müssen Städte kämpfen! Ah! Da! Da! Ah! Du bist doch wieder! Okay, er bremmt! Ich bin in der Dings! Ja, ja, ja! Und rauf! Rauf auf Henno! Rauf auf Henno! Genau! Rauf auf mich! In die Falle! Ich bin in der Falle! Ja, ja, ja! Schlecht! 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 Eine tot! Zwei tot! Hä? Ich hab noch volles Leben! Warum lieg ich? Ah! Nein! Nein! Jetzt hab ich kein volles Leben mehr! Okay! Okay, Papu, lauf weg! Lauf weg! Lauf weg! Du musst, du musst retten! Nein! Aui! 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 Ah! Scheiße! Er ist nicht los! Lass mich leben! Ah! Ja! Okay, ich seh nix! Zum Glück! Ist zensiert! Oh mein Gott! Oh! Lecker! Oh! Lecker! Normal ekelhaft! Okay! Ich glaube, jetzt lebt nur noch Papu, oder? Bin ich der Einzige? Okay, dann muss ich rennen! Ich glaube, ja! Ja! Du bist der Einzige! Muss jetzt Leute holen! Hey! Warum weißt du, dass ich da drin bin? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh no! Hast du Wallhack? Wenn du, wenn du... Er kann unsichtbar sein! Das war's für dich! Oh! Du bist in die Suppe gelaufen! Das schmeckt! Das schmeckt! Das schmeckt! Okay! Tschüss! Tschüss!